Jawohl, Sir! Bestätigt! Bestätigt! Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Geht klasse, ja! Jawohl, Sir! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! In Ordnung! Breche auf! Schon dabei! In Ordnung! Jawohl, Sir! Kein Problem! In Ordnung! Geht klar, Sir! Kein Problem! In Ordnung! Sofort, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! In Ordnung! Bestätigt! Bestätigt! In Ordnung! Breche auf! Breche auf! Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Sofort, Sir! Sofort, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit! Jawohl, Sir! Geht klar, Sir! Breche auf! Breche auf! Schon dabei! Schon dabei! Breche auf! In Ordnung! Sofort, Sir! Breche auf! Geht klar, Sir! Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Breche auf! Kein Problem! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! In Ordnung! Jawohl, Sir! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! Schuss dabei! Sofort, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl! In Ordnung! Breche auf! In Ordnung! In Ordnung! Jawohl, Sir! Ver hurricanes! Breche auf! Vernoon! Einheit verlorent. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloren. Support, Sir! Schon dabei! Jawohl, Sir! Schon dabei! Einheit verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir! Bestätigt. Reiche auf. In Ordnung. Einheit verloren. Jawohl, Sir! Support, Sir! In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir! In Ordnung. Reiche auf. Jawohl, Sir! Schon dabei! In Ordnung. In Ordnung. Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! Support, Sir! Schon dabei! Jawohl, Sir! Reiche auf. Reiche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung. Reiche auf. Sofort, Sir! Kein Problem! Jawohl, Sir! Recherung! Verstärkungen sind ein Einsatzziel erreicht. Kriegsopfer Bialystok. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der geisteskranken GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer, General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Badet, Bialystok. Schnitt! Excellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Läuft die Kamera etwa noch?